Honor 20 Lite oder 9X? Welches Produkt ist besser? In diesem Vergleich treten beide Produkte gegeneinander an. Ich beschränke mich auf die Merkmale der Produkte und vergleiche die Unterschiede in den Kategorien Design, Bildschirm, Leistung, Kameras, Audio, Akku und Eigenschaften. Am Ende des Videos gibt es einen Sieger. Für aktuelle Preise und Erfahrungsberichte auf Amazon könnt ihr einfach auf den Link in der Beschreibung unter dem Video klicken. Design Beim Punkt Design gewinnt das 20 Lite deutlich mit 51 zu 42 Punkten. Es kann hierdurch folgende Vorteile überzeugen. 33 Gramm leichter, 0,8 Millimeter dünner, 8,7 Millimeter kürzer, 3,7 Millimeter schmaler und 18,1 Prozent geringeres Volumen. Bildschirm Bei der Kategorie Bildschirm ist das 9X mit 49 zu 48 Punkten haarscharf vorne. Es kann hierdurch folgende Vorteile überzeugen. 6,1 Prozent größere Bildschirmgröße. Das 20 Lite hat auch etwas vorzuweisen und hat folgenden Vorteil. 6,1 Prozent höhere Pixeldichte. Leistung In der Kategorie Leistung gewinnt das 9X-H scharf mit 79 zu 78 Punkten. Es kann hierdurch folgende Vorteile überzeugen. 2 Gigabyte mehr Arbeitsspeicher und 26 Prozent höheres Benchmarkergebnis. Kameras Im Bereich Kameras gewinnt das 20 Lite deutlich mit 58 zu 49 Punkten. Es glänzt hier mit folgenden Vorteilen. Zweifach mehr Megapixel der Frontkamera, hat einen hintergrundbeleuchteten Sensor, BSI, unterstützt Videoaufnahmen in Zeitlupe. Es bietet eine manuelle Belichtungssteuerung, unterstützt Serienbilder und 9,1 Prozent größere Blendenöffnung bei minimaler Brennweite der Frontkamera. Das 9X hat auch seine Stärke und hat folgenden Vorteil. 1,7-fach mehr Megapixel der Hauptkamera. Audio In der Kategorie Audio gewinnt das 20 Lite deutlich mit 58 zu 50 Punkten. Es glänzt hier mit folgendem Vorteil. Ein Mikrofon mehr. Akku Bei der Kategorie Akku gewinnt das 9X deutlich mit 64 zu 57 Punkten. Es kann hier durch folgenden Vorteil überzeugen. 17,6 Prozent mehr Akkuleistung. Eigenschaften In der Kategorie Eigenschaften ist das 9X mit 78 zu 76 Punkten sehr knapp vorne. Es glänzt hier mit folgenden Vorteilen. 2,7-fach schnellere Downloads, hat ein Gyroskop und hat Typ C-USB-Anschluss. Das 20 Lite hat auch etwas vorzuweisen und hat folgenden Vorteil. Unterstützt NFC. Ergebnis Mit 51 Punkten liegt das Honor 20 Lite in der Gesamtwertung knapp vor dem Honor 9X mit 47 Punkten. In der Beschreibung unter dem Video habe ich euch die aktuellen Amazon-Seiten zu beiden Geräten verlinkt. Dort findet ihr auch gute Erfahrungsberichte. Falls euch dieser Vergleich auf Basis von Produktmerkmalen gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Wenn euch etwas fehlt oder sich ein Fehler eingeschlichen haben sollte, schreibt es mir bitte jetzt in die Kommentare. Lasst mich und alle anderen auch gerne wissen, für welches Produkt ihr euch entschieden habt und warum. Ich freue mich über jeden Like. Wenn ihr neue Vergleiche nicht verpassen wollt, abonniert jetzt meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.